Ja, guten Abend allerseits. Schön, euch zu sehen. Wir sind im zweiten Buch Mose. Die Geschichte vom Auszug aus Ägypten. Und ja, wir sind jetzt in Kapitel 18. Das Volk Israel ist von Gott zum Berg Horeb geführt worden, zum Gottesberg, wie es auch heißt, oder der Berg Sinai. Dort, wo Gott Mose begegnet war am Anfang, wo Gott Mose berufen hatte, und gerufen hatte, den Auftrag zu erfüllen und das Volk Israel herauszuführen aus Ägypten. Aber sein Auftrag ist noch nicht erfüllt. Er soll das Volk auch zu dem neuen Land oder in das neue Land führen, wo Gott sie hineinbringen möchte, wo sie leben sollen. Das Land, was Gott ihnen als Erbe verheißen hat. Schon Abraham, Isaac und Jakob. Das Land Kanaan. Und auf dem Weg, wie gesagt, kommen sie zu dem Berg und beten Gott, sollen dort Gott anbeten, werden Gott dort anbeten. Und ja, dann haben wir letztes Mal gesehen, dass Mose und das Volk Israel Besuch bekommen vom Priester von Midian, dem Schwiegervater des Mose von Jitro. Und es wird hier jetzt weitererzählt, nachdem Mose Zeugnis gegeben hat, von dem, was Gott Mächtiges getan hat, wie Gott eingegriffen hat, wie welche Wunder Gott getan hat und wie er das Volk Israel gerettet hat aus der Hand der Ägypter. Nachdem Jitro das alles gehört hat und ja, einfach sich mitgefreut hat und Gott die Ehre gegeben hat, ihn angebetet hat und ja, auch ein vertiefteres Bekenntnis das zu Jahwe, dem Gott Israels, gesprochen hat, nachdem sie Opfer dargebracht haben und zusammen gegessen haben und die Nacht über geschlafen haben, geht es weiter in Vers 13 von Kapitel 18, 2. Buch Mose 18, Vers 13. Und es geschah am Tag darauf, da setzte Mose sich nieder, um dem Volk recht zu sprechen. Und das Volk stand bei Mose von morgen bis zum Abend. Mose hatte tatsächlich nicht nur die Aufgabe, das Volk sozusagen herauszuführen, dieser Anführer zu sein, der ihnen den Weg zeigte. Nein, er war Hirte gewesen und mit seinem Hirtenstab in der Hand sollte er die Wunder Gottes tun. Und dieser Hirtenstab erinnerte ihn daran, dass er Hirte über Israel sein soll. Und zum Hirte sein gehört auch hier das Richteramt, recht zu sprechen, dem Volk recht zu sprechen. Dieses riesige Volk von Menschen, die alle, ja jeder so auf seinem eigenen Weg gehen und jetzt Gott hinterher gehen, aber dann doch jeder einzeln für sich genommen, ja so sein kleiner, sein eigenes kleines Reich baut und am Ende doch in seiner eigenen Sünde lebt. Und wenn so viele Menschen zusammen leben, zusammen gehen, zusammen einen Weg gehen, unterwegs sind, ja dann gibt es eine Menge Trouble, eine Menge Streit, eine Menge Ärger. Dann tritt der eine den anderen, da beachtet der eine den anderen nicht, da geht der eine über den anderen hinweg. Ja, da gibt es auch die Trickser, die alles versuchen so hinzudrehen, dass sie am besten davon kommen. Und so gibt es ständig in diesem Volk Streit. Das Volk stand bei Mose vom Morgen bis zum Abend. Er hatte den ganzen Tag zu tun. Um die Streitigkeiten zu schlichten. Um Rechtsfragen zu beantworten. Und sie kamen alle. Warum vertrauten sie ihm? Weil er das Volk hindurchgeführt hatte. Er hatte das Volk tatsächlich aus Ägypten herausgeführt. Er hatte sie befreit aus der Sklaverei. Er hatte sie durch das Meer hindurchgeführt. Er hatte ihnen Wasser gegeben, Brot gegeben. Natürlich war er es nicht, sondern Gott war es. Durch Mose. Aber sie haben erkannt, dass Gott mit Mose war. Dass Gott in und durch Mose gewirkt hat. So wie Gott es am Anfang zugesagt hat. Du brauchst keine Angst haben, Mose. Ich werde mit dir sein. Und so war Gott mit Mose. Und die Leute haben das gespürt. Die haben das gemerkt. Wenn wir zu Mose kommen, bei ihm finden wir Rat von Gott her. Bei ihm finden wir das, was wir suchen. Recht. Gerechtigkeit. Er kann uns Rat geben. Er kann Recht sprechen. Warum? Weil Gott mit ihm ist. Es gibt eine andere Gelegenheit. Wesentlich früher in Moses Leben, als er ein junger, kräftiger Mann war und sehr überzeugt von sich selbst. Da hat er schon versucht, Recht zu schaffen. Recht zu sprechen zwischen zwei Israeliten. In Kapitel 2, Vers 13. Als aber am Tag darauf wieder hinausgingen sie, da rauften sich zwei hebräische Männer. Und er sagte zu dem Schuldigen, warum schlägst du deinen Nächsten? Der aber antwortete, wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gesetzt? Willst du mich umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Da hatte Mose noch keine Autorität. Er hat sich selber diese Autorität genommen. Er hat versucht, es zu tun und diese Aufgabe wahrzunehmen, Israels Richter zu sein, Israels Aufseher oder Oberster. Aber sie haben ihn nicht angenommen. Ihm fehlte damals die Autorität. Nein, sein Beispiel war nicht gut gewesen. Er hatte einen Ägypter umgebracht. Er hat sich selbst, hat das Recht selbst in die Hand genommen. Jetzt aber kamen sie alle zu ihm. Jetzt hatte er Vollmacht von Gott. Jetzt hatte er Autorität. Jetzt hatte er auch Fähigkeit, die Befähigung dazu. Sein Leben hat davon gesprochen. Sie haben ihm vertraut. Und so kamen sie und standen da und warteten vom Morgen bis zum Abend. Vers 14. Als aber der Schwiegervater des Mose alles sah, was er mit dem Volk tat, sagte er, Was ist das, das du mit dem Volk tust? Warum sitzt du allein da, während alles Volk vom Morgen bis zum Abend bei dir steht? Mose antwortete seinem Schwiegervater, weil das Volk zu mir kommt, um Gott zu befragen. Wenn sie eine Rechtssache haben, dann kommt es zu mir und ich richte zwischen dem einen und dem anderen und gebe ihnen die Ordnungen Gottes und seine Weisungen bekannt. Also Mose antwortete ganz naiv und erklärte ihm, was da passiert, was die ganzen Leute da die ganze Zeit wollen. Die Leute suchen Gottes Rat, Gottes Wegweisung. Sie suchen Hilfe in ihren Rechtsfragen, in ihren Streitigkeiten. Sie suchen Hilfe darin und ich mache das. Ich gebe ihnen das, was sie da suchen. Ich teile ihnen die Ordnungen und Weisungen Gottes mit. Und ich richte auch zwischen dem einen und dem anderen. Da sagte Moses Schwiegervater zu ihm, die Sache ist nicht gut, die du tust. Manchmal sind wir so betriebsblind. Wir leben unser Leben, wir tun unseren Dienst, so ganz selbstverständlich. Wir leben unser Leben und uns wird nicht klar, dass wir eigentlich total daneben sind. Da muss erst ein Ausländer kommen, sich die Sache mal anschauen und sagen, hey, was ihr da macht, ist ja völliger Quatsch. Der Schwiegervater des Mose sagt, die Sache ist nicht gut, die du tust. Warum nicht? Warum ist die Sache nicht gut? Hidro sagt, du reibst dich auf, sowohl du als auch dieses Volk, das bei dir ist. Du wirst ganz erschöpft davon. Du kriegst ein Burnout-Mose. Und die Leute, die haben auch nichts davon. Die sind auch fix und alle, wenn die den ganzen Tag da gestanden haben, die sind fix und alle. Wenn ich mir heute hier die Notaufnahme im Krankenhaus angucke, dann denke ich auch, das ist echt genau so. Die Ärzte, die schuften, was das Zeug hält. 24-Stunden-Dienst oder was die da haben. Volle Pulle knüppeln die da einen rein. Und die ganzen Leute sitzen und sitzen Stunden um Stunden und warten, bis die drankommen. Fünf Stunden, sechs Stunden, sieben Stunden. Und das ist alles andere als gesundheitsfördernd. Also das ist doch Wahnsinn. Wie kann man das so machen? Da muss doch irgendeine Möglichkeit geben, das ist doch nicht gut. Das tut doch nicht gut. Das tut demjenigen, der da dient, nicht gut. Das tut denen, die da bedient werden oder denen gedient werden sollen, nicht gut. Und das tut dann am Ende auch der Sache nicht gut. Die Aufgabe ist zu schwer für dich. Du kannst sie nicht alleine bewältigen. Das fällt uns so unglaublich schwer, an diesen Punkt zu kommen. Du kannst diese Aufgabe nicht allein bewältigen. Du brauchst Hilfe. Wir meinen, wir haben es im Griff, wir kriegen es hin. Und so oft ist es so, dass Menschen über Wochen, Monate, Jahre lang in Situationen leben, die zu schwer für sie sind. Aber sie belasten sich selbst. Die Situation wird immer belastender, schwieriger. Warum? Weil sie selbst nicht erkennen. Weil sie sich das nicht eingestehen können. Warum auch immer. Welche Gründe auch immer dafür ausschlaggebend sind. Aber sie kommen nicht an den Punkt zu erkennen, bekennen und sich das einzugestehen, dass sie es alleine nicht schaffen. Dass es zu viel ist. Wisst ihr, Gott hat das schon am Anfang gesagt. Gott hat auch gesagt, das ist nicht gut. So wie Jethro hier sagt, Mose, das ist nicht gut. Was hat Jethro gesehen? Ein Mann, der alleine dient. Der alleine arbeitet. Und Gott hat auch am Anfang gesagt, das ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm eine Hilfe machen. Mose, du brauchst Hilfe. Du schaffst das nicht alleine. Doch, doch, ich kriege das schon hin. Ich habe alles im Griff. Wisst ihr, manchmal ist es einfach der Stolz. Wo wir sagen, nein, ich möchte nicht das aus der Hand geben. Denn dann habe ich es ja nicht mehr unter Kontrolle. Dann läuft die Sache ja nicht mehr so, wie ich das will. Im Grunde ist es dann doch so, dass wir unser eigenes Königreich bauen. Jeder sein eigenes. Jeder hat sein eigenes Leben und man lässt sich nicht reingucken. Man lässt sich nicht reinreden. Man will seinen eigenen Weg gehen. Und auch einen großen Dienst. Ja, da will ich mir nicht reinreden lassen. Wir wollen am liebsten alle Chef sein, wenn es darum geht zu bestimmen. Aber wir überfordern uns so oft, so sehr. Weil wir nicht bereit sind, das anzuerkennen, was Jethro hier sofort sieht. Er kommt als Unbeteiligter dahin und sieht sich die Sache an und denkt so, das ist doch offensichtlich. Du überforderst dich und du überforderst das Volk. Das ist zu schwer für dich. Du kannst sie nicht allein bewältigen. Für manche ist das echt ein hartes Wort, wenn sie das hören. Die Sache, die Aufgabe, mit der du beschäftigt bist, der Dienst, den du tust, das ist zu schwer für dich. Du kannst es nicht allein bewältigen. Mancher fühlt sich total angeriffen. Was bist du denn? Wer denkst du denn, wer du bist? Vers 19. Höre nun auf meine Stimme. Ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Oder Gott sei mit dir. Jethro kommt hier als der Schwiegervater des Mose von außen und er sieht die Dinge, wie das läuft. Und er sagt zu seinem Schwiegersohn, hey, Sohnemann, ich sehe da Sachen, die sind nicht gut, wie du die Dinge handhabst. Willst du dir nicht einen guten Rat geben lassen? Und zwar jetzt nicht irgendeinen guten Rat, sondern einen Rat von Gott her. Denn Jethro war ein gottesfürchtiger Mann. Ein Mann, der Gott geehrt hat, der Gott gedient hat, der in gewissem Maße auch eine Erkenntnis von dem lebendigen Gott hatte. Als ein Nachkomme Abrahams möglicherweise aus einer anderen Stammlinie. Vertritt du das Volk vor Gott und bringe du die Sachen vor Gott. Belehre sie über die Ordnungen und Weisungen und zeige ihnen den Weg, den sie gehen und das Werk, das sie tun sollen. Du aber suche dir aus dem ganzen Volk tüchtige, gottesfürchtige Männer, aus zuverlässige Männer, die ungerechten Gewinn hassen und setze sie über sie. Oberste von tausend, oberste von hundert, oberste von fünfzig und oberste von zehn. Damit sie dem Volk jederzeit recht sprechen. Und es soll geschehen, dass sie jede große Sache vor dich bringen, jede kleine Sache aber selbst richten. Auf diese Weise entlaste dich und sie mögen es mit dir tragen. Wenn du dies tust und Gott es dir gebietet, dann wirst du bestehen können und auch dieses ganze Volk wird in Frieden an seinen Ort kommen. Das ist der Rat des Jidro an Mose. Er sagt also, ich habe einen guten Rat für dich und jetzt mach nicht gleich die Schotten dicht, wenn ich dir sage, das ist zu schwer für dich, du schaffst es alleine nicht. Nein, höre auf meine Stimme. Ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Und jetzt bringt er hier eigentlich eine wunderbare Ordnung hinein. Er zeigt eine wunderbare Ordnung auf und er sagt am Ende, und das ist gut, er nimmt sich zurück mit seinem Rat und sagt, ja mach das mal so, wie ich dir geraten habe. Er sagt dann aber, wenn Gott es dir gebietet, wenn es der Wille Gottes ist, prüft das vor Gott. Menschen haben so viel Rat, sie wissen ja so viel und sie können uns immer Rat geben. Und wie gesagt, wenn du von außen auf eine Sache guckst, du siehst immer gleich, was los ist, was Sache ist und was gemacht werden muss. Aber wenn du dann jemand anders fragst, der sagt dir genau das Gegenteil und dann bist du irgendwie verwirrt und weißt nicht, was soll ich jetzt machen. Am Ende geht es um die Frage, was ist Gottes Wille. Und gerade wenn es um das Volk Gottes geht, wenn es um Leitungsstruktur geht, wenn es um diese Fragen geht, wie soll das Recht Gottes denn aktiv ausgeübt werden im Volk Gottes. Da ist es wichtig, dass der Rat, der dann kommt und dem wir folgen, nicht irgendein menschlicher Rat ist, sondern dass es ein Rat ist, der mit Gottes Willen harmoniert, der mit Gottes Willen übereinstimmt. Aber wir sehen hier in dem Rat, den Jethro gibt, tatsächlich auch bestimmte Prinzipien, die wir auch später immer wieder im Gottes Wort finden. Wie Gott diese Dinge ordnet, wie er die Lasten verteilt und darum geht es hier. Es geht um Lasten zu tragen. Du trägst hier eine zu große Last. Du musst dich entlasten. Jesus sagt zu, in Matthäus 11 sagt er, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Legt eure Last bei mir ab. Ich will, dass ihr nicht überlastet seid. Sondern, dass ihr Last habt, die leicht ist. Das sagt er dann nämlich im Zweiten. Er sagt, kommt her zu mir, ihr mühselig und beladen. Ich will euch Ruhe geben. Legt die Last ab. Und dann kommt in das Joch mit mir. Kommt unter mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und das ist so, so wichtig, dass wir das uns tief ins Herz reinschreiben lassen. Die Last, die Jesus auf uns legt, ist leicht. Vielleicht ist nicht zu schwer. Wenn die Last zu schwer ist, dann hat es meistens damit zu tun, mit dem, was Mose hier macht. Er tut sich zu viel rein. Er packt sich zu viel Last auf. Er packt sich Last auf, die er nicht tragen kann. Und die, wo Gott auch nicht will, dass er sie trägt. Sondern Gott möchte etwas ganz anderes. Er möchte, dass die Last verteilt ist. Deswegen sagt er in Galater 6, das Gesetz Christi besteht darin, einer trage des anderen Last. Darin besteht das Gesetz Christi. Das heißt, meine Last, die ich mit mir rumschleppe. Gott möchte, dass andere zu mir kommen, meine Brüder und Schwestern zu mir kommen und mir diese Last mittragen helfen. Sodass ich erleichtert bin von meiner Last. Und so viel Power habe, dass ich wiederum andere Lasten mittragen kann. Und so tragen wir eine des anderen Lasten und es ermutigt, es stärkt uns. Und hier geht es eben um die Verteilung der Lasten in Bezug auf dieses Problem der Rechtsprechung im Volk Gottes. Die Streitereien untereinander. Es geht darum, wie können wir diese Ordnung Gottes tatsächlich im Volk verankern. Wie können wir dem Recht Gottes zur Durchführung verhelfen. Und da braucht es mehr Menschen, die mittragen. Jethro sagt, entlaste dich. Und sie sollen es mittragen. Sie sollen dich erleichtern. Und das sind zwei, wie gesagt, zwei Komponenten immer. Die eine Seite ist, du brauchst jemanden, der trägt, der mitträgt. Manche Menschen, die tragen viel Last alleine mit sich. Warum? Weil keiner da ist, der mit anpacken will. Weil keiner da ist, der mittragen will, der mit Verantwortung übernehmen will. Große Sprüche klopfen, aber nicht mit anpacken, mittragen, mit Verantwortung übernehmen wollen. Die andere Seite der Medaille ist aber auch jemand, der seine eigene Last festhält und nicht zulässt, dass mitgetragen wird. Der die Last nicht teilt, der Angst hat. Wie gesagt, der nicht loslassen kann von der Verantwortung. Vielleicht aus einem Pflichtgefühl, was sozusagen eine falsche Dimension hat einfach. Ich bin doch für die alle zuständig. Ich muss mich doch um die alle kümmern. Es dann anzunehmen und zu sagen, aber Gott hat Männer dir zur Seite gegeben, Mose, die mit dir mittragen sollen. Suche diese Männer. Und das ist das, was Jidro da sagt. Suche aus dem ganzen Volk die tüchtigen Männer. Du sollst nicht den Erstbesten nehmen und sagen, hier, du musst mir mal helfen. Sondern suche, suche bestimmte Männer, nicht irgendwelche. Aber bevor er das sagt, bevor es darum geht, ihm zu zeigen, wie er jetzt diese Lastenträger, diese Lastenmitträger zu finden, sagt er erstmal, was ist denn deine Aufgabe? Mose, du musst dich beschränken, du musst dich begrenzen auf die Aufgabe, die Gott dir gegeben hat. Was ist deine Aufgabe? Jidro sagt, vertritt du das Volk vor Gott und bringe du die Sachen vor Gott. Also deine Aufgabe ist tatsächlich dieses, in der engen Beziehung mit Gott die Dinge, die das Volk bewegt, vor ihm zu bringen. Mit Gott darüber zu reden, mit Gott darüber zu ringen. Gebet. Das ist deine Aufgabe, Mose. Gebet. Und zwar für bitte. Und das zweite, belehre sie über die Ordnungen und Weisungen und zeige ihnen den Weg, den sie gehen und das Werk, das sie tun sollen. Also lehre das Volk. Das ist deine Aufgabe. Du sollst sie unterweisen, lehren, den Weg, den sie gehen sollen. Und das passt wunderbar mit dem, stimmt mit dem überein, was wir in der Apostelgeschichte lesen. Apostelgeschichte 6. Als eine ähnliche Situation aufgetreten ist, es Streitereien gab in der Urgemeinde in Jerusalem, gab es Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Gruppierungen. Und das führte dann dazu, dass die Apostel, in Apostelgeschichte 6, Vers 2 sagen, Die zwölf riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Dass wir uns um diese Streitigkeiten jetzt hier kümmern müssen. Und das ist interessant, es geht hier nicht nur darum, die Streitigkeiten zu klären, sondern auch die Umsetzung sozusagen zu betreuen. Dass das, wo jetzt Recht gesprochen werden soll, nämlich dass bestimmte Gruppen nicht vernachlässigt werden im Dienst, Dass das auch umgesetzt wird, dann brauchen wir die Männer dazu, dass eben nicht nur gesagt wird, was soll hier gemacht werden, sondern die tatsächlich über die Umsetzung auch sich kümmern. Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen. Was heißt das? Das heißt nicht, dass die den ganzen Tag in der Bibel gelesen haben, in ihrem stillen Kämmerlein und andere haben arbeiten lassen. Das heißt aber schon, dass sie sich Zeit zum Studium des Wortes Gottes genommen haben und dann zur Lehre des Wortes Gottes, zum Unterricht, zur Unterweisung einzelner, größerer Gruppen, der ganzen Gemeinde. Sie haben viel Zeit damit verbracht, immer wieder das zu tun, was Jidro auch zu Mose sage. Lehre sie den Weg, den sie gehen sollen. Lege ihnen die Ordnungen dar. Sie müssen wissen, was der Wille Gottes ist. Und du hast die Aufgabe, sie zu lehren. Du bist ein Lehrer der Gemeinde. So haben die Apostel das auch verstanden. Und die Gemeinde, so heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 42, blieb in der Lehre der Apostel. Es war so wichtig, dass die Apostel wirklich viel Zeit dafür investiert haben, die Gemeinde zu lehren, weil das die Grundlage für die ganze Christenheit ist, bis heute hin. Es ist unsere Grundlage. Das Fundament der Propheten und der Apostel, wenn wir das nicht hätten, dann würden wir im Nirwana rumschwimmen. Wir würden uns irgendwelche Vorstellungen machen und irgendwelche, es gibt so viele religiöse Bewegungen, die irgendwie dahin wursteln und so viele Christen auch, die es tun, weil sie das außer Acht lassen, weil sie sich nicht lehren lassen, weil sie nicht unter die Lehre des Wortes Gottes kommen, weil sie dem ausweichen, weil es doch eine klare Wegweisung für unser Leben ist. Es zeigt uns, welche Wege wir gehen sollen. Es zeigt uns die Ordnung Gottes. Und die Apostel haben gesagt, es ist nicht gut, wenn wir das vernachlässigen. So wie Jethro sagt, belehre sie, unterweise sie. Das ist deine Aufgabe, Mose. Du musst dir Zeit dafür nehmen, aber nicht, um jetzt im Einzelfall die Streitigkeiten in der Gemeinde zu klären und dann dich darum zu kümmern, dass das dann auch läuft und so weiter. Dafür musst du andere Männer haben. So auch sie hier. Und dann sagen sie in Vers 3, so seht euch nun um, Brüder, nach sieben Männern unter euch. Und interessant, hier waren es nicht die Apostel selber, die gesucht haben, sondern sie haben tatsächlich die Geschwister aufgetragen, auch zu schauen. Und das spricht natürlich von dem, was Gott in der Urgemeinde getan hat. Er hat seinen Geist ausgegossen auf die ganze Gemeinde. Sie alle haben die Salbung. Sie alle haben den Heiligen Geist empfangen und sollen mit danach Ausschau halten, sollen mitschauen, wer sind denn die Brüder, auf die man sich verlassen kann? Wer sind denn die Brüder, die mit Weisheit erfüllt sind, mit Geist und Weisheit, die ein gutes Zeugnis haben? Seht euch um nach sieben Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und dem Dienst des Wortes verharren. Hier sind die beiden Punkte. Auch das Gebet wird hier genannt. Die Apostel hatten einen Dienst des Gebetes und einen Dienst des Wortes. Und die Rede gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes und Philippus und Prochorus und Nicanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, Proselyten aus Antiochia. Die stellten sie vor die Apostel und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und dann steht in Vers 7, das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Das heißt, dadurch wurden noch mehr Menschen erreicht vom Wort Gottes. Das hat so einen Schub gebracht, dass die Jünger befreit waren darum, sich um diese Streitigkeiten zu kümmern und sich mehr darauf konzentrieren konnten, das Wort Gottes zu lehren, Zeit im Gebet zu verbringen, Menschen das Evangelium nahezubringen. Und das ist das, was eben übereinstimmt hier mit dem Rat des Jidro. Auch er sieht das so. Gott hat ihm diese Weisheit gegeben in diesem Moment, als Schwiegervater des Mose, ihm diesen Rat zu geben, hey, das ist deine Aufgabe, im Gebet, in der Fürbitte, in der Gemeinschaft mit Gott zu stehen. Wisst ihr, es gibt so viele Pastoren, Prediger, Leiter, die diesen Teil vernachlässigen. Die einfach machen, machen, machen. Die gerne auch, wie gesagt, die gerne über andere sich als Richter erheben, wie Mose das am Anfang gemacht hat. Die aber nicht aus dem Gebet heraus, aus der Fürbitte heraus, den Dienst des Wortes ausüben und die dann auch bereit sind, diese Verantwortung weiterzugeben. Denn das ist es ja letztendlich. Er muss hier jetzt Männern vertrauen, dass sie die Sache regeln. Er muss sich selbst daraus zurückziehen und sagen, okay, gut, ich sage da jetzt nichts mehr zu. Ich muss da nichts zu sagen. Ich vertraue meinen Brüdern, die diese Aufgabe jetzt haben. Ich muss es nicht machen. Das heißt aber, er muss ihnen vertrauen und er muss loslassen. Und das fällt so vielen Leitern schwer. Gut, also, das ist der Rat des Jidro. Belehre sie über die Ordnung und Weisung und zeige ihnen den Weg, den sie gehen und das Werk, das sie tun sollen. Du aber suche dir aus dem ganzen Volk tüchtige, gottesfürchtige Männer aus, zuverlässige Männer, die ungerechten Gewinn hassen und setze sie über sie, oberste von tausend, oberste von hundert, oberste von fünfzig und oberste von zehn, damit sie dem Volk jederzeit recht sprechen. Also, suche jetzt diese Männer aus. Tüchtige Männer. Das bedeutet, Männer, die Fähigkeiten haben, die Gaben empfangen haben von Gott, um diese Aufgabe auszuführen. Es müssen nicht unbedingt Studierte sein. Es müssen nicht unbedingt Leute sein, die jetzt eine besondere Schulbildung oder eine besondere Ausbildung haben. Es können ganz einfache, schlichte Menschen sein, die Gott auswählt. Aber was sie brauchen ist, wie es in der Apostelgeschichte auch heißt, weise Männer. Männer, die Weisheit empfangen haben und wir wissen, dass Weisheit etwas ist, was zwei Komponenten hat. Das eine ist die Lebenserfahrung eines Menschen, der mit Gott geht. Deswegen sagt Gott auch, sagt durch Paulus, wenn es darum geht, einen Ältesten einzusetzen, dann such keinen Neubekehrten. Einer, der frisch im Glauben ist, sondern jemand, der eine Zeit lang mit Gott gegangen ist. Aber da gibt es dann keine, sag ich mal, Grenze, wo man sagen kann, so nach einem Jahr oder nach zwei oder nach zehn, dann geht das irgendwie. Solche Regeln gibt es bei Gott nicht. Es geht darum, tatsächlich aus dem Heiligen Geist heraus zu erkennen, zu verstehen, zu begreifen, was ist der Wille Gottes, wo legt Gott seine Hand auf einen Menschen und gibt ihm die Gaben und beruft ihn dazu, diesen Dienst auszuüben oder nicht. Also tüchtig heißt, jemand, der von Gott zu einer Aufgabe berufen und gleichzeitig dann auch begabt worden ist. Gott ist fürchtig, das spricht über seine Haltung, seine Herzenshaltung. Er ist nicht ein Mensch, der ein Mann, der Menschen fürchtet, sondern der Gott fürchtet. So hat Jesus das gesagt, fürchtet euch nicht vor den Menschen. Seid nicht Menschen, Diener. Paulus hat das gesagt, als wir das Evangelium euch verkündet haben, da haben wir euch nicht nach dem Mund geredet, da haben wir nicht irgendwie Sachen erzählt, die euch irgendwie gefallen haben, sondern wir haben in Treue das Wort Gottes euch ausgerichtet, auch unter Verfolgung. Wir sind an anderen Stellen verfolgt worden, aber wir sind mutig durch den Geist Gottes gewesen, euch das Evangelium trotzdem treu auszurichten und nicht danach zu fragen, ob euch das gefällt oder nicht, ob ihr uns auch verfolgen werdet oder nicht, sondern wir haben es in Treue gegenüber Gott. Wir fragen nicht danach, ob es den Menschen gefällt, was wir ihnen bringen, sondern ob Gottes gefällt. Und es ist nicht immer ein Widerspruch. Manchmal ist es tatsächlich so, das was Gott gefällt, wenn wir das tun, dann gefällt es auch den Menschen. Aber manchmal auch nicht. Und dann müssen diese Männer stehen zu Gott und seiner Ordnung, seinem Recht, nicht wanken. Die müssen unbestechlich sein, keine Menschendiener, nicht jemandem gefallen tun, sondern in Treue vor Gott und seinem Gesetz und seiner Ordnung und seinem Recht untergeordnet, voll und ganz hingegeben. Gottesfürchtige Männer. Männer, die sagen, also alles, nur ich will nicht, dass Gott irgendwie, ich kann und will Gottes Ordnung nicht brechen oder biegen, hinbiegen. Nein, ich will in Treue den Willen Gottes suchen, um das sein Recht und seine Ordnung unter seinem Volk gilt. Es müssen zuverlässige Männer sein, Treue, Wahrhaftige, der Wahrheit verpflichtet, treu in ihrem Dienst, nicht Männer, die mal gut drauf sind und dann, wenn sie einen schlechten Tag haben, ja, dann kannst du sie in die Tonne treten, dann kannst du sie vergessen. Nein, selbst da, wo sie einen schlechten Tag haben, sind sie zur Stelle und tun ihren Dienst treu, unabhängig von ihrer eigenen Befindlichkeit. Männer, die ungerechten Gewinn hassen, also die Bestechung hassen, das ist ein starkes Wort hier und ich denke auch ganz bewusst, und das ist wirklich eine Haltung, die diese Männer hier in Verantwortung haben müssen, weil sonst ist es Krautunruf, es geht drunter und drüber. Es ist interessant, das ist ein sehr frühes Zeugnis für solche eine Ordnung des Gerichtswesens, wie Jidro das hier vorschlägt und wie Moses dann auch durchführt. Und es ist immer noch in unserem Rechtswesen da. Die Richter müssen vieles von dem, was hier steht, genau das müssen sie eigentlich mitbringen. sie müssen ihre Unabhängigkeit wahren, das ist ganz wichtig in unserem Land, dass die Richter unabhängig sind, dass sie nicht beeinflussbar sind, sondern dass sie sich alleine dem Recht und dem Gesetz verpflichtet sind. Deswegen gibt es ein Mäßigungsgebot, sie müssen tatsächlich in ihrem Lebenswandel ein Leben führen, was eben nicht in Extreme hineinführt, wo Menschen sie dann in die Hand bekommen. Ja, ich weiß ja, was du privat so getrieben hast und ich kann das ja alles irgendwie öffentlich machen, wenn du nicht jetzt für mich hier recht sprichst. Also das heißt, ich muss irgendwo einen Lebenswandel haben, wo ich nicht angreifbar bin, damit ich unbestechlich bleibe, unabhängig bleibe als Richter. Interessant fand ich auch die Zahl hier. Also Jethro rät Mose, Oberste über 1000, Oberste über 100, Oberste über 50, Oberste über 10 einzusetzen. Ich habe das mal so durchgerechnet, wenn man das tatsächlich wortwörtlich so nimmt und nicht nur so Pi mal Daumen oder so, wenn man es wortwörtlich nimmt, dann wären das tatsächlich für eine Tausendschaft in Israel, wären das 131 Verantwortliche mit unterschiedlich starker oder großer Verantwortlichkeit. Ansprechpartner, wenn es irgendeinen Stress gibt, einen Streit, unter 10, unter 10 Männern und ihren Familien, da gibt es einen, der der Mediator ist, der Ansprechpartner, der Vertrauensmann, der die kleinen Fälle selbstständig richtet, unabhängig und nicht irgendwie in Verbindung mit Mose. Er geht nicht zu Mose hin und sagt hier, Mose, wie siehst du das? Nein, er richtet die Sache selbst, selbstständig. Nur größere Fälle und das ist natürlich, da brauchst du ein Unterscheidungsvermögen. Wo ist jetzt ein größerer Fall, den ich an Mose herantrage? Wo sind die kleinen Fälle, die ich selbstständig klären kann? Das ist manchmal nicht so einfach, diese Sache zu klären. Aber es ist natürlich, dieses Mittragen besteht genau darin, wirklich Last auch von Mose zu nehmen. Wenn das 131 pro 1000 sind und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Israeliten nach den Volkszählungen, die dann später kommen, irgendwie sowas über 600.000 wehrfähige Männer oder was weiß ich sind, dann kommt man schon auf eine Zahl von ungefähr 80.000 verantwortliche Richter in Israel. Ich fand es interessant, mal zu gucken, wie viele Richter es eigentlich in Deutschland gibt. Es gibt in Deutschland 21.300 circa Berufsrichter. Ich habe gedacht, das ist ganz schön wenig. Dann habe ich gedacht, ja, ist kein Wunder, dass man immer hört und immer mitkriegt, dass die Gerichte eigentlich völlig überlastet sind. In Israel hatten sie mehr damals. und auch diese Abstufung, sehr, sehr fein abgestuft. Einen über 10, einen über 50, einen über 100, einen über 1000. Und dann hast du eigentlich eine gute Abstufung. Die Entlastung ist da. Er braucht sich nicht um jeden kleinen Kram zu kümmern, sondern er kann sich auf das große Ganze konzentrieren. Er kann sich auf die Lehre der Ordnung Gottes konzentrieren. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Diese Männer, die jetzt da richten sollen, die sollen natürlich nicht irgendwas richten nach ihrem Gutdünken, sondern sie sollen ja dem Recht Gottes, der Ordnung Gottes zum Recht verhelfen. Das heißt, in ihrem Rechten müssen sie die Lehre des Mose hören und aufnehmen. Sie müssen das Wort Gottes aufnehmen, wie es Mose lehrt. Die Diakone, diejenigen, die Verantwortung tragen in der Gemeinde, in Leiter, in kleineren Gruppen, sie müssen die Lehre des Wortes Gottes aufnehmen, wie die Ältesten das lehren nach der Lehre der Apostel, damit sie darin auch gefestigt sind und diese Verantwortung, diese Last tatsächlich auch mittragen. Wenn sie es nicht machen, dann bringen sie noch größere Last, weil sie plötzlich Rat geben in eine Richtung, die gar nicht dem Wort Gottes entspricht und dann entsteht eine große Unruhe in der Gemeinde und die Ältesten, die Apostel müssen sich wieder mit dem befassen, obwohl sie doch eigentlich dadurch entlastet werden sollten. Menschen was Gott braucht ist tüchtige Männer, die Verantwortung tragen. Männer, die gottesfürchtig sind, die zuverlässig sind und dafür ist es unheimlich wichtig, jeder Einzelne ist hier eigentlich gefragt, sich auszustrecken danach, dass Gott uns dazu befähigt. Letztendlich ist hier jeder gefragt, sich danach auszustrecken, dass Gott mich so umgestaltet, dass er mich gebrauchen kann. Dass er mich, im Hebräer heißt es, nach der Zeit solltet ihr eigentlich alle schon Lehrer sein, die ihr jetzt zum Glauben gekommen seid. Ihr seid jetzt schon so viele Jahre gläubig, ihr solltet eigentlich schon selber Lehrer sein. Ihr solltet selber schon Verantwortung tragen können und in Streitfragen Antwort geben können. Zum Schluss möchte ich noch, achso, wir lesen, ich lese einfach nur mal hier die letzten Verse, dass wir sie gelesen haben. Wenn du dies tust und Gott es dir gebietet, dann wirst du bestehen können und auch dieses ganze Volk wird in Frieden an seinen Ort kommen. Also das hat Auswirkungen auf dich, auf deinen Dienst. Du kannst vor Gott bestehen, wenn du auf diese Weise deinen Dienst tust und das ganze Volk wird in Frieden, in Schalom an seinen Ort kommen. Mose hörte auf die Stimme seines Schwiegervaters und tat alles, was er gesagt hatte. Er ehrte seinen Schwiegervater, indem er diesen guten Rat annahm. Er hat das vor Gott sicherlich auch geprüft, aber er hat es dann getan. So wählte Mose denn aus ganz Israel tüchtige Männer aus und machte sie zu Oberhäuptern über das Volk, oberste von 1000, oberste von 100, oberste von 50 und oberste von 10. Das war sicherlich erstmal ein anstrengender Prozess, sehr schwierig, sehr herausfordernd, aber als es erledigt war, hat es ihm viel Entlastung gebracht. Diese sprachen dem Volk jederzeit recht. Jede schwierige Sache brachten sie vor Mose, jede kleine Sache aber richteten sie selbst. Darauf ließ Mose seinen Schwiegervater ziehen und dieser ging in sein Land. Abschließend gehen wir noch einmal kurz in 1. Korinther 6. Wie gesagt, durch die Lehre der Apostel, durch die Lehre der Propheten und der Apostel und durch die Befähigung durch den Heiligen Geist, nach der wir uns ausstrecken sollten, nach der Weisheit Gottes, die wir erbitten dürfen, kann jeder von uns dahin wachsen, auch in Streitigkeiten zu vermitteln. Und Paulus spricht in 1. Korinther 6. Von dem Problem, dass Rechtsstreitigkeiten in der Gemeinde vorhanden sind. Und sagt er, diese Verse, ich will sie fast nur vorlesen, 1. Korinther 6, Vers 1, bringt es jemand von euch, der einen Rechtsstreit mit dem anderen hat, über sich, vor den Ungerechten zu streiten und nicht vor den Heiligen? Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden, wie viel mehr über alltägliches? Wenn ihr nun über alltägliche Dinge Rechtsstreitigkeiten habt, so setzt ihr die zu Richtern ein, die in der Gemeinde nichts gelten? Zur Beschämung sage ich es euch. Also gar kein Weiser ist unter euch, der zwischen Bruder und Bruder entscheiden kann, sondern es streitet Bruder mit Bruder und das vor Ungläubigen, kann das wahr sein, dass ihr zu weltlichen Gerichten geht, zu Menschen, die Gott nicht kennen und dort Recht sucht und Recht erhofft, euch Recht, dass jemand euch Recht gibt und Recht schafft? Und jetzt kommt das Entscheidende im Vers 7. Es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtsstreitigkeiten miteinander habt. Das sollte unter Christen gar nicht sein. Wenn wir die Gesinnung Christi haben, dann haben wir gar keinen Streit miteinander. Warum nicht? Aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, und das sagt Paulus hier zuerst, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Denn das ist die Gesinnung Christi. Wenn dich einer auf die linke Backe schlägt, dann halt ihm auch die Rechte hin. Wenn einer mit dir vor Gericht zieht, um dir deinen Mantel zu nehmen, dann gib ihm auch noch das Hemd. Das ist die Gesinnung Christi. Kämpf nicht um dein Recht, nein, geh noch eine Meile mehr mit. Aber ihr selbst tut Unrecht und übervorteilt und das Brüdern gegenüber. Das ist der zweite Punkt. Rechtsstreitigkeiten sind dann nicht nötig, wenn keiner dem anderen Unrecht tut. Unsere Gesinnung sollte doch nicht die sein, dass wir einander Unrecht tun und ungerecht sind miteinander, einander austricksen, einander betrügen, einander im Stich lassen, sondern dass wir einander dienen, in der Liebe hingegeben, einander Gutes tun, Gerechtigkeit üben, dann gibt es auch keinen Rechtsstreit. Da sagt Paulus, wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden, irrt euch nicht. Ihr könnt nicht als Christen leben und Unrecht tun und ihr könnt auch nicht als Christen leben und andere verklagen und dann auch noch so unweise sein und euch für diese Rechtsstreitigkeiten Leute suchen, die nicht im Geist sind, die nicht mit Weisheit erfüllt sind, die untüchtig sind, die nicht gottes fürchtig sind, die nichts vom Wort Gottes und von seinen Ordnungen verstehen, die am Ende vielleicht nur dir recht geben, weil es dein Freund ist, das kann nicht sein. Jesus ist für uns gestorben, damit wir Leben haben. Er hat sich ungerecht verurteilen lassen, damit wir Leben haben. Er hat Gerechtigkeit geübt und hat sich selbst Unrecht tun lassen und diese Gesinnung sollten wir selber haben und das ist die größte Hilfe gegen alle Streitigkeiten innerhalb der Gemeinde. Aber darüber hinaus hat Gott uns die Möglichkeit gegeben, dass wir Leiter haben in der Gemeinde, die tatsächlich auch solche Dinge übernehmen können, die die Ältestenschaft entlasten können. Und das ist eine gute Sache und da sind wir auch dankbar für, dass es das gibt. Amen.